Hallo Leute, herzlich willkommen bei Unnützes Wiesel, bei Unnützes Wiesel 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, alle guten Dinge sind 3, und es hat gezeigt uns special, und das heißt, PokerCraft, nein, natürlich nicht, ich weiß ein Wort, das es schon gibt, aber, gemischt von dem ersten Part und dem zweiten Part, nur wiederum gemischt von dem, äh, mein Gott, und so, und, ja, ich, keine Ahnung, wie ich das auch schon gesagt habe, auf jeden Fall, haben wir wieder einen Sparador, ne, nur, äh, dieses Special, das sind Zweiter, und einmal der Creeper, und dieses komische Scheißkind von Rockets, ich meine, ein dummer Kind von Rockets, das ist das Kack, Kind Ja, schon, so, du bist gemein Hey, schon Ah, ja, und wie sollte meine Pokémon noch so Sie dürfen hier irgendwo letztens mal gelandet sein Hey, weil Das eine, das ein Euro-Mann wollte gerade abhauen Aber Leute, ich habe es mit diesem Paar gefangen also mit diesem Paar gefangen Sieht so aus wie ein Handy, ist es aber nicht Mir wurde auf Skype geschrieben Ja, ja Paar Diesmal werde ich meine Maske etwas höher ziehen Ja, zu dem werde ich gleich kommen Ich soll jetzt mal Ich soll darüber sprechen Das ich meine Maske nicht ganz ausziehen werde Ich werde sie höchstens einmal irgendwann so mal so hoch ziehen Genau so hoch Aber das wird noch kommen Aber heute ziehe ich mich gerade mal so hoch Jetzt gerade mal über mein Modest Und ja, ich werde die Maske nie Ganz ausziehen Nie und niemals Und zwar so Jetzt ist es noch gar nicht gesehen Gut Und deshalb Uhu Und heute werde ich nur ein Blödsinn machen in diesem Video Natürlich über das Team labern Und diesmal kommt The Legend of Zelda Egal welchen Teil Es gibt so viele Teile Genau wie über Pokémon Pokémon Goddard Kid's Jamal Pokémon Ja Also ich kann dich nicht wundern Was zur Kart für ein Gejaule war Beziehungsweise gekriegt Oder anderen Shit Und dann ein T Also S H Sterndi Und ein T So Ja und lasst mich das ja auch keine machen Aber das ist wieder eine andere Geschichte Heute wollen wir über The Legend of Zelda reden Also The Legend of Zelda Das heißt The Legend of Zelda Ja Die Prinzessin Also diese Weib, was da unten fühlt ist Die ist komisch für Also N U Punkt Punkt Beziehungsweise S C H Punkt 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 Wird down entführt Und das heißt The Legend of Zelda Man stellt sich im Spiel auf Link Beziehungsweise irgendwie anders Und muss sie retten Und das heißt nicht The Legend of Link Also Jemand der das Kontakt zu lassen Das Zelda macht Sollte das jetzt mal sagen Sollte das jetzt mal sagen Schrauben und die Kontakte zu hat oder nicht Weil doch Sie sollen Das so machen Dann wird den Legion aus Link heißt Und mir scheißegal Dann wird es jetzt für Game Boy Carlos oder Game Boy Advance oder 3DS Ist mir scheißegal oder für PS3 ist es egal für was sie sollen nur dieses Game The Legend of Link nennen Mir ist egal für wer eine Kontrolle rauskommt sie sollen es nur unbenennen Und wenn ihr das nicht macht wenn keiner mehr zu Kontakt hat werde ich selbst das hinfahren nach Chefs Japan Und dann nimm das Und ja Ich kann die Maske noch hin Entschuldigung da unten Und ja Das ist so heiß mit der Maske Und ja Da würde ich mal sagen Peace Leute bis zum Glück mal Nein also nicht Also es gibt so viele Spieler Linken hat immer Zelda gewettet Und ja Er bekommt nie irgendwas Vielleicht muss man es mal macht Und dann wird es wieder zurückgeschickt Und beziehungsweise keine Ahnung was den anderen spielen ist Er bekommt nie irgendwas Er hat immer so viele Wünsche Aber er muss immer das machen was die von uns essen will Kommt nie das was er will Die Maske rüpfst du wieder runter Ich würde das einfach so machen Aha Seht mich schon ich bin Spiderman Ich will Shitstorm Shitstorm Ich will nicht die Maske wieder unterziehen Ich habe nicht die Maske wieder runterziehen Jetzt hab ich mal das Glück und seh mich auf der Games von Es ist nächstes Jahr dann 10 2014 Und da werde ich dann ein Video machen Ja Es werde ich dann alles um noch nicht spielen wie jetzt so dir Ich werde jetzt so Diashow machen, mit Videobearbeitern mache ich das dann wieder und ja, da sehe ich mich wahrscheinlich dann ohne Maske, aber ja. Ich habe nichts mehr Ahnung, ja und dazu, ich muss kurz mal aufhören, ja. Und ja, dann möchte ich noch sagen, es gibt so viele Spiele von The Legend of Zelda, äh, das habe ich schon gesagt, hab bla, keine Ahnung, wie es gibt. Link die Pass, dann Schauer streetl, dann geht es hier das komische Spiel. Dann wird man schon kommen. Shishika dran. Kann das nicht angegen oder aussehen? Ich höre zu spielen und längst wegen die자기- содержernencial MadBA sch Bahnt, das Autismäuỡ. gezählt Sender denn dieses komische Spielwort und was es heißt Link's Adventure, Link's Adventure 2 dann gibt es Oracle of Seasons, Oracle of Ages dann gibt es Twilight Princess dann gibt es Ocarina of Time 3D jetzt die anderen 3 Ocarina of Time soll ich jetzt noch ein letztes auf dem Zift? Link's Reckling Oracle of Ages ist eigentlich mein Lieblingsspiel beziehungsweise Twilight Princess ja, Twilight Princess hat so eine düstere Atmosphäre und so und das ist halt mir gefällt es halt und Oracle of Ages ist das beste GBA-Spiel, weil was ich gesehen habe denn Oracle of Seasons sind... naja, wie soll ich sagen Oracle of Ages ist ein Abklatsch von Oracle of Seasons aber Oracle of Ages ist wesentlich besser als Oracle of Seasons auf wochen Abklatsch ist ja, also dann geht es mal vorbei und scherzgrinnen dahinten ich meine, du mach' gar nur dahinten guck' nicht so tot, du grins'n, hart tot mit diesem Lichtfall! schon ja, erledigt, muss gut mein Schwert holen, muss ich kurz mal verbrühen da Sieh, mein Schwert! komm, gleich wieder! gib's für! so und lass' die Hüse schon mal und mit der Nahrung noch mal mal, um ihn, ihn, mal mein Schwert fällt mir ganz schön runter Also Leute, klar, bis zum nächsten Mal. Also, dieses unnütze Wissen, dieses braucht ich nicht Wissen, es ist ja unnütz, das ist der erste sehr unnütze Wissen. Das soll ja nur lustig! Ja, lustig, 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 ohhhh, aber das war ein Knie. Nein, und ja, ich glaube, ich werde für die nächsten Tage nicht mehr gehen können. Was habt ihr jetzt davon? Nein, was habt ihr nicht davon? Oh, oh, ich habe mich ein Unglück, also, ich muss mich sofort unterziehen, aber zuerst beendet das Video. Oder, ich mache euch Hoffnungen, ja, ich mache euch Hoffnungen, oder nicht, ciao!